Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Auch nö. Dead by Daylight auch nö. Survivor. So. Einmal mit Ada versuchen. Gegen einen Doktor. Warum? Geh weg. Jack! Na gut. Er hat uns ja wieder in Ruhe gelassen. Mich habe aber nicht abgeschmirt. Ich bin eigentlich keinem begegnet. Oder? Ich bin weit genug weg. Elodie? Er jacht auch nicht hier lange. Egal, dann ziehe ich jetzt los. Weg hier! Ich hoffe ja, dass ich mal jemanden finde. Jan, okay. Muss ich retten gehen? Das nützt nicht! Mach du den Jen weiter. Ich versuche zu retten. Hör auf Elodie, ich komme! Egal, ich hole die jetzt runter. Kann mir mal am Arsch, kann man mich mal machen. Aus dem runter. Aber wenigstens rennt er mir hinterher. Ich wollte noch ganz schnell um die Kurve, aber das ging nicht. Ich habe sie gerettet, das ist schon mal viel wert. Das waren Punkte! Sable hat sich heilen lassen. Wo ist Elodie? Da oben! Da oben! Schade, ich habe einen Verwandten mit! Jetzt lasst mich doch bitte nicht schon wieder verhungern! So viele Keks habe ich irgendwann nicht mehr. Leon, bleib doch stehen! Könntest du mich nicht heilen? Dann leck mir an. Pups! Leck mir! Du kannst mich mal am Arsch! Ich weiß, das Rennen ist eigentlich total dumm. Oh, jetzt geht das los! Ah, getunnelt. Wie war das? Mit E. Mit F. Ich glaube, ich habe ihn da gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn Leon weiß, wo ich bin. Ah, was das? Oh, was das? Oh, was das? Der bewegt sich! Der ist full life! Der hing noch nicht und gar nichts! Was ist denn das von der... Entschuldigung. Komm runter hier! Und weg! Ich wollte mich gerade rumdrehen, wo du bist! Probier dich schon wieder den Händchen dort oben! Meine Fresse! Da hatte ich gesehen! Nicht? Nicht? So, willst du mir jetzt beim Starten zugucken, oder was? Nein! Ich bin hier! Ah! Ja, wir probieren es. Bist du zu weit gehüpft? Hast du zu kurz geschlagen? Okay. 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 C'mon, holiday. Here, and chat it here. Mann! Nein! inertia! Ah, no! Ah! Und weg! Da wäre definitiv rundherum gerannt. Und da bin ich extra rübergegangen. Jetzt bin ich komplett kaputt. Siehren sie den Cent durch! Tut mir leid, ich muss hier durch! Siehren sie! Siehren sie! Siehren sie! Siehren sie! Es tut mir leid, was mit dem Leon passiert. Ehe da geschafft! Aua, das war echt knallhort! Ich fand mich schon ein bisschen toll! Das ist doch ein schöner Wochenabschluss! Finde ich gut, gefällt mir! Ah! Aber warum? Warum? Es hatte doch keiner eine Taschenlampe mit! Warum nehme ich da Lichtgeborener mit? Okay! Egal! Adept abgehakt! Ada Wong! Ihr Lieben! Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen rasselischen Tag! Und freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dead by Daylight! So, bevon! Stay in! Ciao! Ciao!